Sachsen-Anhalt Im Superstreuig plus 91 Kilogramm Schönsichtlicher Reuter-Ecke Daniel Malsam Bayern Kommt in die Beinworte, in der Heim vorliegen Besucherzahnke Enda Achtung Einworteil 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 Das war's. Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Der Bühne! Der Bühne! Der Bühne! Der Bühne! Der Bühne! Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Und hier das Urteil. Sieger nach unten im Superschwergewicht plus 91 Kilogramm. Und dann die deutsche Meister. Der Junge aus der blauen Hälfte. Der Junge aus der blauen Hälfte. See you next. The New Punk. Untertitelung des ZDF, 2020